Ja, da sind wir auch wieder. Wir haben uns gerade wiedergefunden und werden, glaube ich, von irgendeinem wütenden Typ verfolgt, weil wir gerade ein Haus gelootet haben. Ja, und von einem wütenden Bären jedenfalls. Oh, da läufst du hin, warte. Ich hoffe mal... Läuft der Bären hier hinterher? Ja, er läuft hier hinterher, aber... Der hat sich schon gerade wieder aufgegeben, der ist zu weit weg. Einfach ein guter Sprinter. Nee, der hat... der hat mich nicht aufgegeben. Nee, ich wo bist... ach, da bist du, okay. Scheiße, aber der andere Typ ist hinter uns hier. Fuck. Laufen. Ich fülle einfach an der Stadt vorbei. Wir laufen einfach erstmal in unsere Metallfestchen rein. Ja. Einfach mal, damit wir kurz sicher sind. Ja. Oh, hier ist so viel Stein, ne? Kann man gleich mitnehmen. Wir müssen uns erstmal aufpassen, dass uns der Typ nicht erwischt. Der hat nämlich einen Sniper. Ja, das wäre schade. Mit 600 Metallfragmenten und... Ach du, scheiße, Achtung, ist es da hinten hinter dir? Ja, hab ich gesehen. Scheiße, ich kann jetzt aber nicht genau drauf schießen, weil sonst... Ich kann einfach, ist egal. So, hab ihn. Ja. Okay, verdammt. So, jetzt hoffen, dass niemand uns fälschlicherweise für Pfeile hält und uns abknallt. Warte mal, kommt der Typ noch? Kommt der noch? Nein, kommt zwar nicht, aber egal. Wir laufen trotzdem ein. Gut, ähm... Boah, das war jetzt gerade wieder was richtig Amüsantes. Okay, ich stehe im Eingangsbereich und höre schon Schwitte da drin. Ich bin schon drin. Ja, ja, ich habe auf dich gewartet. Hör, das Feuer brennt immer noch. Machen wir das mal aus. Oh, da ist Sascha wieder. In der Ecke. Nein, wir werden nichts aus dem Lager, nichts aus dem Lager holen. Das haben wir in der Kiste drin. Oh, Munition, Granaten. Ähm. Oh, wie geil. Kann ich mir den Ofen nehmen? Ja, der ist leer. Können uns einfach selber einen machen. Ja, wir können auch den... Warte, doch, können wir. Guck mal, grad mit. Ich hab ja noch einen. Ha. Ich brauchst nur mal Munition, aber egal. Kommst du? Ja, ja. Oh, hier sind zwei guten Schalter. Ja. Hier sind zwei guten Schalter. Ich habe keine Schimmer. Geheime Lager-Möglichkeiten. Hm. Nicht mehr, egal. Dann lass mal nochmal mein altes Basisversteckchen. Dort haben wir ja einen Ofen. Ja, und dann werde ich erstmal die ganz Metall-Sachen... Hm. Ich hab auch nochmal 90 Metall. Pff, 90. Ja, du mit deinen. Warte, weiß ich wie viel. Ja. Ich pack erstmal mein Stuff hier rein. Ich mit meinen 240. Fähä nix. Gut, wo bist du? Ah, da unten. Soll ich alles in den Ofen reinknallen? Ja, pack erstmal so weit, wie es geht rein. Oh, ne, ey. Meine Tastatur. Ähm. Ich wollte eine hölzerne Hütte bauen. Wo bauen wir die hölzerne Hütte und alles hin? Ich mach mich mal gerade noch ein paar Bretter. Oh. Kannst ja mal in den Ofen reingucken. Hm. Ja. Ist ein bisschen. Durchaus schick. Ich nehm mich schon mal ein bisschen Fragment und alles raus. Jetzt haben wir nämlich nachher ein Problem. Noch einmal zurück. Wooden Planks. Ja. Die muss ich erstmal finden. Denkst du, ich finde Wooden Planks? Ah, Wooden Planks. Bei Resources. So, erstmal ein bisschen was Craften. Ja, ich mach mal 25 Bretter. Ja, ich mach mal ein paar Low Quality Metal. Oh, auch gut. Ja, dann mach ich mir direkt eine Shotgun. Und dann ist gut. Gut, dann kann ich ein bisschen Monition dafür geben. Oh ja. Die kulott gerade den Berg runter. Und. Wie viel war das denn? Zwölf Schuss? Reicht um zwölf Zombies zu töten? Wenn du jeden triffst. Ich straffe die. Ähm. Nein. Wie lange crafte ich denn noch? Noch vier Sekunden sind gut. Idiot. Gut, jetzt bin ich von der Workbench weggerannt und hab das Crafting fallen sollen. Hm. Das ist zwei Sekunden bevor es fertig war. Das ist ärgerlich. Ja. Musst du noch irgendwas erforschen? Äh. Einiges. Denk ich. Aber das kann warten. Ich hatte nämlich schon ein Research Kit gerade dort. Ne, in dem Ofen was drin. Oh, da ist noch Fleisch für dich drin. Ne, da hast du ja so viel. Ja. Hab ich auch noch gefunden. Andi 200 gebratenes Fleisch. Der regt sich jetzt auf, wenn er wieder in seiner Bude ist. Oh ja. 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 Soll ich was weggeschmissen? Ja, ich hab der Flashlight-Proof-Print weggeworfen. Die hab ich schon gehabt. Oh nein. Wie kannst du nur? Jetzt würde ich dir hier dein ganzes altes Lager folgen. Ähm, sollte ich mich. Hm. Deshalb schmeiß ich die mal gerade sonst wo hin. Die hab ich nämlich zweimal. Was kann man eigentlich aus Leder halt machen? Leder. Lederrüstung. Lederhosen. Kann ich die Lederrüstung so überhaupt schon machen? Äh, ich glaube, die kann ich gar nicht craften. Was ich mir aber machen könnte, die wäre Kevlar-West. Leder-Low-Quality-Metal. Hast du noch zwei Leder für mich? Ähm, ich habe 94 Leder. Ah, gut. Unglaublich. Okay. Was für Kevlar-Sachen kannst du alles machen? Alle. Alle? Alle. Ähm, ich stelle einfach mal ein paar Low-Quality-Metal her. Danke. Nehme ich dir dann. Man macht für jede meine Rüstung. So, ich weiß ja nicht, wie viel man braucht, aber 24 crafte ich jetzt einfach mal. Das langt nicht. Oder? Das dürfte für eine langt auf jeden Fall. Für die zweite vielleicht. Ich crafte jetzt mal. Ich kann ja noch ein paar nachmachen. Ja, ich glaube, das musst du sogar. Na gut, mit ein paar, vier Stück. Aber wir haben ja noch was im Ofen. So ein bisschen was. So sehe ich das auch. Ne, Moment. Hier in die Richtung packen. So. Ähm, ja. Ich will jetzt irgendwas craften, genau. Ein paar Fundamente. Auf meiner Shotgun habe ich einen Slot. Was soll ich da drauf machen? Was du am besten hältst. Ich glaube, ich mache einen Silencer drauf. Konntest du machen. So. Wo stehen sie denn? Ich stehe sie hier oben. Ja, jetzt schmeiß es den Berg runter. Ja, damit du hinterher rennen musst. Ja, aber ich muss noch 160 Sekunden craften. Wobei, warte, ich gebe dir mal gerade die Holzdinger in die Kiste. Da kannst du gerade Fundamente craften. Hast du schon ein bisschen was aus dem Ofen rausgenommen? Jo. Und zeitlich. Ah, ich habe schon gewonnen, wieso da so wenig drin ist. Was craftet ihr denn eigentlich? Wunden Planks? Hä? Was soll ich craften aus den Wunden Planks? Fundamente. So, wir brechen das mal ab und dann crafte ich mal jetzt eine Kevlar Weste. Machen wir erst mal zwei. Das dürfte erst mal lang. Eine Fresse dauert das lange. Äh. Eine Foundation, eine Minute. Jo, das ist schon ein bisschen was, was das dauert, ne? Jo, so ein bisschen. Bisschen Füll, so. Ähm, was haben wir denn hier noch? Boah. Liegt das jetzt hoffentlich mal ein bisschen umdrauf liegen? Nein. Na, aber hinten in der Ecke kannst du ja aufheben. Hier unten. Neben der Workbench. Ich bin nicht mehr nackt. Ja. Ja, jetzt hast du schwarze Arme. Und jetzt sehe ich deine Augen in deinem Kopf. Weil das sehr lustig aussieht. Ist sie deine auch? Äh. Aua. Ups. Jetzt soll ich auch mal. Wenn du es echt schon vertragen kannst, dann schüsse tun mehr weh. Ja, nur meiner macht, wenn ich jetzt direkt vor dir stehe, eh gleich One-Hit. Höhöhö. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ja. Ich will nicht nochmal suchen gehen. Äh, die... Den Helm könnte ich jetzt mal noch gucken. Ja, der Helm langt gerade noch. Und die Boots? Hört sich noch über. Muss ich mir nicht lieber ne Hose machen. Hab ich doch schon. Ach, hast du schon? Ja, siehst du hier. Trage ich sogar schon. Ach, du willst auch eine? Na dann, bitte. Ist ja schlimm mit dir, was du so alles willst. Ja, ist ja nicht so, als könntest du die nur wegen mir machen. Wieso? Das Metall hätte ich auch so gehabt. Hust. Open. Ha, Metall. Ja, und das Leder, ne? Hättest du natürlich auch gehabt. Ja, klar, hättest du auch so gehabt. Da wär ich jagen gegangen. Ja, mach mal noch ein bisschen Shotgun-Munition. Ja, bitte. Jetzt erst mal ein Helm. Jetzt mach ich erst mal die Rüstung fertig. Alles ist gut. Ich kann nicht alles einmal machen. Doch. Nein, jetzt mach ich erst mal die Boots. Achso, geht noch gar nicht. Jetzt mach ich erst mal Low-Quality-Metal. So, die Flas sind fertig. Wie viel Low-Quality-Metal? Jo. Ich bräuchte 8. Ähm, noch 8? Hm. Hast du das alles schon genommen? Ja. Du kannst 7 machen und brauchst noch 8. Ne, ich brauch insgesamt 8. Achso, ich kann 4 machen. Da mach du mal 4, da mach ich auch 4. Du hast den Rest gemacht schon Shotgun-Money und 9mm-Armow. Jawohl. Damit mir den Typen da nachher mal kalt machen können. So, ich hab's irgendwo hinten rausgeschmissen. Jo, hab's gesehen. Hab's. Dann machen wir jetzt mal die Boots. Käffle Boots. Eine Minute craften. So, wie viel Essen hast du? Äh, 41. 41? So, dann machen wir mal noch ein bisschen. Ja, ich hab da gerade noch ein bisschen was dazugeschmissen. Ja, die 170, die ich im Inventar habe, müssten ein bisschen reichen, oder? Ja, nochmal schon. Irgendwie würde ich mich sicherer fühlen, wenn wir hier eine Holztür drin hätten. Ja, irgendwie schon. Crafte doch mal gerade eine. Ach, wieso denn im Meisch? Weil ich gerade kein Holz habe. Ich hab mir eins in den Ofen getan. So. Hui, da ist ein bisschen ein Sleeping-Berg für dich, den du in die andere Hütte setzen kannst von den zwei Türen machst. Ich muss gerade erst mal die Wooden-Door suchen. Aber warte, ich nehme den Sleeping-Berg mal gerade noch mal. Metal-Door? Da ist die Wooden-Door. So, dann schmeiß mir das hier mal in die Ecke, und zwar dit. Und dit. So, dauert ja auch wieder eine Minute. Ja, und da links neben der Workbench liegen zwei Sachen für dich. Oh, bisschen Munition und Schuhe. Hm. Nee, Sleeping-Berg und Schuhe. Munition kommt jetzt erst. Aha. Konntest du bei dem Typen Gunpowder mitnehmen? Hatte der nichts. Ich hab alles, der geholt, äh, macht, was der dabei hatte. Okay. Wo soll ich die hinmachen? In den anderen? Jo. So, dann muss ich noch ein paar Sekunden warten. Hier ist nämlich kein Platz mehr. So, jetzt hab ich das. Oh. So. 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 Gut. Hilfe. Du musst dich auf die Kiste stellen, dann kannst du zu machen. Aha. Ihr ist ein bisschen eng hier, ich weiß. Wieso kommt mir das gerade so sehr schief vor? Ich weiß auch nicht. Die ist gar nicht schief, die Hütte. So, Shotgun-Shells. Wow. So, dann deine Munition, ne? Bitteschön. Das ist mir das lange, teilst ihr ein. Drei Stück. Ich brauch mehr Schwefel. Hier. Hab ich noch ein paar. Wo ist es denn hin? Da ist es hin. Oh, ist das halt. Oh, ich muss mal hin rein gucken. Haben wir vielleicht auch noch Holzkohle? Ja. Holzkohle hast du nicht zufälligerweise noch, oder? Nein. Schlecht. Weil jetzt kriegst du nochmal drei Shotgun-Shells. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt mal gerade... Nein, kriegst du nur eine. Alter, wie viel Gunpowder brauchen wir so eine Shotgun-Shell? Ja, aber die brauchen ein bisschen mehr. Das heißt, mein 9mm ammo ist günstig dagegen. Das heißt, ich kann noch mal zwei Shelds. Oh, ich kann ein Bett craften. Nimmst du die ganze Zeit den ganzen Kram auf den Ofen raus? Ja, brauchst du was? Äh, so ein bisschen Metall könnte ich brauchen. Da, nimm da, da, nimm da. Ich würde mal sagen, ich mache mal gerade eine Pause mit dem Aufnehmen, weil wir nehmen bestimmt schon wieder verdammt lange auf. Ja, das gefällt mir auch. Und deshalb sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Au. Und dann runter. Tatsächlich Optimum. Monkey. Korin. 写えnew Condition.